das sind unsere menschenrechte vor 70 jahren verkündeten die vereinten nationen die erklärung der menschenrechte bild am sonntag fast die 30 artikel zusammen erstens wir sind alle freigeboren und haben die gleiche würde zweitens wir haben alle die gleichen rechte egal wie wir aussehen welches geschlecht wir haben woher wir kommen und woran wir glauben jeder von uns hat das recht auf ein leben in freiheit und sicherheit punkt 3 punkt 4 kein mensch darf uns versklaven punkt 5 niemand hat das recht uns zu foltern 6 unsere rechte gelten überall global siebtens vor dem gesetz sind wir alle gleich und es schützt uns alle gleichermaßen artikel 8 werden unsere rechte verletzt haben wir anspruch auf rechtliche hilfe artikel 9 niemand darf uns einfach so festnehmen in haft halten oder des landes verweisen artikel 10 wir haben anspruch auf einen fairen und öffentlichen prozess artikel 11 wir haben anspruch auf den schutz der privatsphäre und des familien lebens artikel 12 wir gelten als unschuldig wenn unsere schuld nicht bewiesen ist der artikel 13 besagt wir haben das recht vor verfolgung in anderen ländern schutz zu suchen artikel 14 wir dürfen in unserem land reisen wohin wir wollen artikel 15 wir haben das recht angehöriger eines staates zu sein der 16 artikel besagt wenn wir erwachsen sind dürfen wir heiraten und eine familie gründen artikel 17 wir haben das recht dinge zu besitzen artikel 18 wir haben das recht zu glauben und zu denken was wir wollen artikel 19 sagt wir haben das recht unsere meinung frei zu äußern artikel 20 unsere meinung frei zu äußern artikel 20 wir haben das recht uns friedlich zu treffen und zu versammeln artikel 21 besagt wir dürfen unser land durch teilnahme an wahlen oder eigenes arrangement politisch mitgestalten der artikel 22 sagt wir haben anspruch auf soziale sicherheit artikel 23 artikel 23 wir haben das recht auf arbeit deren lohn uns ein würdiges leben ermöglicht artikel 24 sagt wir haben das recht auf erholung und freizeit artikel 25 wir und besonders unsere kinder haben anspruch auf einen angemessenen lebensstandard wie zum beispiel lebensmittel und medizinische versorgung artikel 26 sagt wir haben ein recht auf bildung und kinder auf kostenlosen schulbesuch artikel 27 wir dürfen uns als künstler oder wissenschaftler frei entfalten artikel 28 sagt wir haben wir haben die pflicht die rechte anderer menschen zu respektieren der artikel 30 sagt niemand darf uns die menschenrechte wegnehmen meine damen und herren das sind unsere menschenrechte vor rund 70 jahren von den vereinten nationen erklärt und diese gelten global also weltweit ausgedacht bis zogen und bis 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 bis